Und da sind wir auch schon. Servus nach Hause oder wo ihr uns gerade zuschaut. Wir sind für euch live auf dem Oktoberfest natürlich. Und neben mir steht the one and only unser Wiesn Playmate 2017. Hallihallo! So, mal ganz ehrlich, wie fühlt sich das an als Wiesn Playmate in diesem Jahr? Unbeschreiblich geil, würde ich mal sagen. Also mega. Ich bin total stolz, es zu sein und freue mich auf jeden einzelnen Termin, den ich hier habe. Und ja, so wie mit dir auch. Absolut, danke schön Patricia. Wir sind ja hier live im Hofbräu auf der Bühne. Vielleicht seht ihr das hinter uns. Also hier wird gefeiert bis zum geht nicht mehr. Also die Stimmung könnte gar nicht besser sein. Ja, absolut. Super Stimmung hier. Sagen wir Patricia, an alle Männer, die jetzt zu Hause zuschauen und gerade live dich jetzt hier begutachten dürfen. Welche Flirt-Tipps hast du denn für die Wiesn 2017? Flirt-Tipps. Also was mir persönlich immer am meisten gefällt ist, wenn jemand ganz herzlich einfach herkommt, ehrlich ist, aufrichtig und her sagt, Mädchen, du gefällst mir und aber nix, keiner besoffener, wenn der zu dir hinkommt, das ist nicht meins. Und ich glaube, da stimmen mir alle Frauen zu. Also Männer, reißt euch Zacken und kommt zum Mädchen her und ja, dann klappt's auch. Bringt auf jeden Fall eine Max mit. Ist auch immer gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr habt jetzt alles mitbekommen, was ihr beachten müsst und für die Frauen. Was hast du noch für Dirndl-Tipps? Was ist da zu beachten? Dirndl-Tipps. Ähm, was dieses Jahr sehr Trend ist, ist entweder total Glitzer und Gloria oder ganz schlicht der Dirndl. Und bei mir ist es so, ich habe auch diese Parallele eben, manchmal was ganz Einfaches, manchmal was Glitzer, was natürlich immer schön ist bei einer Frau. Aber man muss einfach immer seinem Stil treu bleiben, sage ich immer. Und einfach das anziehen, was ihm sein gefällt. Dann würde ich sagen, haben wir alles für euch mitgenommen und wir wünschen ganz viele Grüße nach Hause. Und hier ist es so laut, man versteht sein eigenes Wort gar nicht mehr. Tschüss, tschüss, servus.